Ich sage dir jetzt auch hier ganz offiziell, Oliver, es würde unserer islamkritischen Bewegung helfen, wenn es weitere Terroranschläge in Deutschland gibt. Das heißt nicht, dass ich deswegen Terroranschläge simulieren würde. Ich sage dir jetzt auch hier ganz offiziell, Oliver, es würde unserer islamkritischen Bewegung helfen, wenn es weitere Terroranschläge in Deutschland gibt. Es würde unserer islamkritischen Bewegung helfen, wenn es weitere Terroranschläge in Deutschland gibt. Das heißt nicht, dass ich deswegen Terroranschläge simulieren würde. Das heißt nicht, dass ich die Terroranschläge in Deutschland bin.